So, heute kein Lohenkrien an der Oper Dortmund, deshalb jetzt von mir für euch und für mich meine persönliche Kurzfassung von Lohenkrien. Erster Akt. Nun sei bedankt, mein lieber Schwan, Elsa, ich liebe dich. Das war der erste Akt in kurz. Zweiter Akt geht so. Das ist der kürzeste Akt für Lohenkrien. Dritter Akt. Passt auch wunderbar zur Situation jetzt. Das süße Lied verbehalt. Wir sind allein. Zum ersten Mal allein, seit wir uns sahen. Kleiner Sprung. Hebe voll, hebe voll. So. Vier Stunden gespart. 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 Vielen Dank.